Gar keine Frage, heute wird es vorwiegend um den US-Arbeitsmarkt gehen. Die US-Arbeitsmarktdaten, darauf hat der Markt lange gewartet. Gestern ja schon Bewegung an den Märkten, Renditen für US-Staatsanleihen nach oben, Dollar nach oben. Aktienmärkte teilweise nach unten, im Mindesten die Tech-Werte. Aber heute Morgen bestimmen Elon Musk und Bitcoin die Schlagzeilen, denn Elon Musk hat mal wieder was getwittert, Bitcoin und andere Kryptowährungen runter. In diesem Video geht es dann auch noch um AMC und ein paar andere Wahnsinnigkeiten, aber fangen wir zunächst mal mit Elon an, der einen Tweet abgesetzt hat. Hier praktisch wie so eine Scheidung, die er hier verkündet hat zwischen ihm und Bitcoin mit gebrochenem Herzen. Hier sieht man ein paar, dass es sich hier trennt. Es ist sozusagen aus und vorbei. Bitcoin daraufhin nicht sehr gut reagiert, andere Kryptowährungen auch nicht. Naja, ob Elon Musk jetzt Bitcoin gut findet oder nicht, könnte man sagen, ist doch eigentlich völlig egal. Aber es ist nicht egal, Elon Musk ist der neue Donald Trump, was die Wirkung seiner Tweets betrifft. Jedenfalls Bitcoin hier und der Druckchart von Capital.com, meine Damen und Herren. Jedenfalls, da geht es gut 2000 Dollar nach unten und das erfasst den ganzen Kryptobereich. Dabei hätte der gute Elon durchaus vielleicht erst mal seine eigenen Hausaufgaben machen müssen. Gestern die Aktie von Tesla um und bei 5% verloren, nachdem bekannt wurde, dass die China-Orders um und bei 50% gefallen sind. Also in China verkauft man deutlich weniger. Oh Wunder, die Regierung fährt ja geradezu eine Kampagne gegen Tesla und will vor allem die eigenen Elektrofahrzeughersteller pushen. Da hat man kein Interesse daran, dass Tesla hier die ganz große Nummer wird. Dabei wollte der Elon doch so ganz viel bauen in China. Daraus wird wohl nichts. Und das beginnen langsam die Märkte so ein bisschen durchzuholen. Deswegen gestern die Tesla-Aktie unter Druck. Unten sehen Sie mal die Verkäufe von amerikanischen Konzernen, respektive auch NIO mit dabei. In China in Sachen Elektrofahrzeuge. Und siehe da, General Motors ist deutlich vor Tesla, hat sie deutlich überholt. Tesla jetzt mit den neuesten Mai-Zahlen ziemlich abgestürzt. Während hier General Motors und BYD, NIO etc. hier durchaus besser dastehen, eine Aufwärtstrend-Tendenz aufweisen. Tesla dagegen einen Abwärtstrend. Das ist natürlich jetzt schon ein Knackser an dieser unendlichen Wachstums-Story, an die viele geglaubt haben. Aber schauen wir uns mal jetzt die Entwicklung seit Jahresbeginn an bei verschiedenen Aktien fort. Dort 81% seit Jahresbeginn, General Motors 51% gestiegen, die Aktie. Wir haben gesehen, General Motors jetzt deutlich Tesla überholt, auch in China. Dagegen NIO minus 15% und Tesla minus 15%. Also die Hoffnungswerte, die sind ein bisschen abgestürzt. Und all das ist sozusagen Mitte bis Ende Februar passiert. Ab dann hat sich das getrennt. Das gilt für so viele Bereiche. Unprofitable Tech-Unternehmen laufen nicht mehr gut. Und Cathie Woods' Ark-Geschichten laufen nicht mehr gut. Also diese ganze heiße Luft, die beginnt hier so ein bisschen zu entweichen. Wenn wir nochmal zurückkommen zu Tesla, schauen wir uns mal die Absatzzahlen aus dem Mai an, die jetzt gestern veröffentlicht wurden. Tesla, wie Sie hier rechts unten vielleicht sehen, 2744 Fahrzeuge. Das ist so um und bei der Durchschnitt der letzten Monate. Irgendwann könnte man vielleicht mal glauben, müssen die Verkaufszahlen mal nach oben gehen. Dann sagen die Tesla-Fans immer, ja, Sonderfaktoren, Sonderfaktoren. Also draußen ist es kälter als nachts oder nachts ist es kälter als draußen. Also wie ist das zu verstehen? Irgendwann muss mal hier geliefert werden. VW zum Beispiel liefert alleine 45.000 Fahrzeuge. Mit Seat, mit Skoda, mit Audi ist man wieder bei fast 90.000 Fahrzeugen. Und das seit Monaten konstant hier Absatz. Das ist realer Umsatz, meine Damen und Herren. Und nicht die Tesla-Luftnummern. Es ist leider wie es, man muss es leider so sagen, glaube ich. Das hat mit Tesla-Bashing nichts zu tun, sondern ich will einfach mal Fakten sehen. Und nicht heiße Luft, die Elon Musk ständig verbreite. Jetzt sehen wir, dass Tesla übrigens auch Probleme hat. Dritte Rückrufaktion für Model 3 und Model Y jetzt in einer einzigen Woche. Das ist natürlich auch ein Problem. I wonder why it takes so long to recognize defects. Also warum dauert es so lange, solche Defekte überhaupt zu erkennen? Also auf der einen Seite Rückholaktionen, die so ein bisschen die technischen Probleme zeigen. Wir sind auf der anderen Seite, leidet Tesla wie andere Autobauer auch unter dieser Shortage an Chips. Dann auf der anderen Seite, faktisch spielt man in Deutschland keine Rolle. Den wichtigsten Markt Europas, Marktanteil von 1,2%. Und in China wird es auch eng, weil eben Chinas Führung durch diese ganze Geschichte, Sie haben das vielleicht mitgekommen, dass Elon Musk und Tesla sich da persönlich entschuldigen mussten, dass man den chinesischen Konsumenten hier beleidigt habe etc. Also die Dinge laufen nicht so richtig gut und das hier abschließend jetzt noch zu Tesla. Julian Bridgen, der kürzlich im Interview mit Markus Koch war, zeigt hier, dass die Aktie, wenn sie unter 580 Dollar schließt, und das ist gestern passiert, der Weg frei ist bis 465 Dollar. Da ist die zentrale Unterstützung, also durchaus möglich, dass Tesla hier weiterfällt. Und das wäre auch für den Gesamtmarkt angesichts der Bedeutung von Tesla gar nicht so unwichtig. Kommen wir nun aber zu dem, was für die Märkte heute wirklich wichtig ist, die US-Arbeitsmarktdatenkonsens, so um und bei 600 bis 675.000. Im April hatten wir ja nur 266.000, das war eine schwere Enttäuschung. Die Schätzungen schwanken zwischen 1.335.000, so guckt man dann auf diese 600 und ein paar zerquetschte Tausend. Arbeitslosenquote 5,9 Prozent. Wichtig aber die Average Hourly Earnings, 1,6 Prozent zum Vorjahresmonat und 0,3 erwartet. Darauf wird zu achten sein, vor allem auf die Stundenlöhne. Wie stark ist der Inflationsdruck? Wir sehen ja in allen Einkaufsmanager-Indizes massiven Preisdruck, nicht nur in den USA, sondern eben auch in Deutschland, in China. Dazu gleich mehr. Wichtig wird sein, dass Biden sich dann 15.15 Uhr zu den Zahlen äußern wird. Joe Biden, das hat dann dazu geführt, dass die Erwartungen gestiegen sind, noch stärker gestiegen sind an die Zahlen. Denn gestern hatten wir den ADP, der mit 978.000 deutlich über der Erwartung war. Ja, wir hatten auch dann die Jobless Claims, die gut waren jetzt im Mai. Also das spricht eher für starke Arbeitsmarktdaten, für schlechtere Arbeitsmarktdaten. Sprechen dagegen die Einkaufsmanager-Indizes, ISM, aber auch PhillyFat und EmpireFat. Da sind die Komponentenbeschäftigung doch sehr schwach ausgefallen. Also das ist schwer zu kalkulieren. Da gibt es noch die Seasonal Adjustments, die saisonalen Anpassungen. Das ist die riesen Blackbox. Da können viele Hunderttausend plötzlich mal dazu addiert, meistens dazu addiert oder eben weggelassen werden. Also schwer zu kalkulieren, wo diese ganze Geschichte hinläuft. Kommen wir jetzt mal zur Fed. Die Fed sagt, ja, in Gestalt von Williams, nein, es ist jetzt nicht die Zeit, um das Anleihekaufprogramm anzupassen, respektive kein Tapering. Da gab es ja kürzlich schon andere Äußerungen, nicht nur von Robert Kaplan, aber hier einer der dovischen Mitglieder, nämlich Williams, sagt, nein, lasst uns das mal stecken. Und faktisch tut die Fed auch nichts dergleichen, wie Ottavio Costa hier zeigt. Hatten wir in der letzten Woche alleine Erkäufe von 32 Milliarden Dollar. Das ist der höchste Wert seit langer Zeit, seit, wann war das? Dezember 2020. Also man drückt durchaus noch aufs Gaspedal. Und wir sehen auch hier, dass die Fed-Bilanz jetzt ein neues Allzeithoch erreicht hat mit 7,94 Billionen. Und damit 36 Prozent des BIPs. Weisen Knaben, die Amerikaner. Wir Europäer schaffen es mit unserer EZB auf 77 Prozent des BIPs. Und die Japaners mit 134 Prozent. Also da haben die Amerikaner noch wahnsinnig viel Potenzial. Gleichwohl, gestern der Dollar stark gestiegen. Hier mit dieser dicken, fetten Ausbruchskerze nach oben. Dollarindex. Und auf der anderen Seite Gold, andere Rohstoffe schwächer Gold. Gold sehen wir hier, hat dann nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal hier diesen dicken Rücksetzer. Könnte bedeuten, dass Gold noch weiterfällt. Eben bis zur gebrochenen Aufwärtstrendklinie. Das wäre so um und bei 1820 Dollar vielleicht da ein guter Einstieg dann, wenn es so kommen sollte. Das wäre der Fall, wenn die Arbeitsmarktdaten heute stark sind. Insgesamt ja schwer zu beschreiben, was eigentlich heute die Reaktion auf diese Arbeitsmarktdaten sein wird. Auf der einen Seite werden wir heute auch wieder schwache Daten bekommen. Könnte das gut für den Markt sein. Wir erinnern uns, letztes Mal im April die 266.000 Stellen. Die Märkte erst so ein bisschen entsetzt kurz und dann hoch nach oben, weil man sich gesagt hat, ja das wird bedeuten, dass die Fed eben weiter auf dem Gaspedal bleibt, nicht bremsen wird. Wenn wir jetzt aber den zweiten Monat eine schwache Zahl bekommen, dann würde das bedeuten, dass dieser ganze Boom, diese ganze Reopening-Hoffnung, Euphorie vielleicht doch viel zu übertrieben war. Das zumindest die Überlegung dann der Märkte. Also eine schlechte Zahl könnte bei zweitem Hinsehen schlecht sein. Und eine gute Zahl könnte auch schlecht sein, weil eben eine gute Zahl bedeutet, dass die Fed dann vielleicht doch früher gezwungen ist, auf die Bremse zu treten. Also wir hatten im April vielleicht eine andere Voraussetzung. Eine gute Zahl waren im April eben Bullish. In beiderlei Hinsicht schlechte Zahl Bullish, weil die Fed dann nicht auf die Bremse drückt. Gute Zahl Bullish, weil die Konjunktur läuft. Jetzt ist es ein bisschen anders durch die Gemengelage, die derzeit vorhanden ist. Das ist das Interessante an dieser Zahl. Ich kann mich irren, es ist eine Theorie. Aber vielleicht mal drüber nachdenken. Jetzt hier mit der Fed. Ich hatte ja ein Video gemacht, AMC, Fed-Tapering. Dann haben die AMC-Jünger, die sich normalerweise jetzt um Zusammenhänge nicht so scheren, um es mal vorsichtig zu sagen, was hat denn das mit der Fed zu tun? Natürlich ist das auch ein Phänomen dieser ultralachsen Geldpolitik. Diese ganzen Zockeraktien wie AMC, Bed Bath & Beyond. Gestern massivste Umsätze, die sind glaube ich das 50, 60, 70-fache dessen, was normalerweise in dieser Aktie umgesetzt wird bei Bed Bath & Beyond. Auch ähnliches Kursmuster wie AMC. Erst nach oben, dann massiv nach unten geprügelt. Also es ist schon eine verrückte Geschichte. Das hat mit der Fed zu tun. Das hat jetzt hier auch etwa Bill Dudley klar gemacht, der ehemalige Fed-Chef aus New York. Und das ist genau der Punkt, dass eben hier die ganze Geschichte so ein bisschen an diese Wall-Street-Proteste erinnert. 2008, Occupy Wall Street. Da wird dann immer oft gesagt, ja es ist mir sogar egal in Sachen AMC und anderer Meme-Aktien. Es ist mir egal, ob ich Geld verliere. Hauptsache ich ärgere diese Wall-Street-Meute. Naja, da ist glaube ich diesmal mehr Gier dabei als Protest. Aber es ist eine Komponente, die da vielleicht eine Rolle spielt. Die Fed hat es möglich gemacht. Sie schafft letztendlich das Surrounding. In Sachen Politik vielleicht noch wichtig gestern hier. Biden hat faktisch die Blacklist bestätigt, die Donald Trump damals aufgestellt hat. 59 chinesische Unternehmen. Darunter Huawei, China Mobile, also wichtige Firmen. Das ist der große Systemkampf, den auch Joe Biden fortsetzen wird zwischen den USA und China. Was Biden intelligenter macht, nach meiner Auffassung. Er nimmt die Verbündeten mit ins Boot. Etwa Deutschland, die Eurozone, Nordsteam 2. Da scheinen die Amerikaner jetzt bereit zu sein, das durchzuwinken. Man gibt also den Verbündeten die Hand. Und das macht natürlich Sinn. Wenn ich mich in einem Systemkampf wähne, wie die Amerikaner, wohl zu Recht sich wähnen, dann sollte ich besser meine Freunde an meiner Seite haben, statt gegen die Freunde auch noch auszutreten. Das funktioniert nicht. Das war das Irrationale an der Politik von Donald Trump. In Sachen Teuerung nochmal wieder zurück zur Inflation, meine Damen und Herren. An diesen gestiegenen Preisen und die Reaktion der Fed darauf sehen wir hier. IFO-Institut heute mit einer frischen Meldung. Immer mehr Unternehmen planen Preiserhöhungen, eben weil die Inputkosten so stark steigen. Durch Rohstoffe etc. etc. Wenn jetzt die Löhne noch anfangen zu steigen, dann wird es kritisch. Kommen wir abschließend, meine Damen und Herren, nochmal zu AMC. Hier sehen wir diese massive Schwankung der Aktie. Dann ging es erstmal rauf auf 76 Dollar, dann ging es runter auf 38 Dollar. Dann ging es wieder rauf, weil AMC mitgeteilt hat, dass man hier bereits diese Aktienverkäufe getätigt habe. Aber ich finde interessant, einfach mal fundamental gesprochen, es gibt jetzt Stand 2. Juni 501.780.000 Aktien, die draußen sind. 501 Millionen. Im gesamten Jahr 2020 hat AMC 488 Millionen Dollar umgesetzt. Das heißt, es gibt mehr Aktien von AMC, als AMC im Jahr 2020 an Dollars verdient hat. Das sagt schon einiges. Nun gut, da war natürlich Corona. Allerdings muss man sehen, das erste Vierteljahr war ja kein Corona in den USA. Also bis weit in den März sind die Kinos völlig normal gelaufen. Ich glaube sogar bis Anfang April. Aber okay, also es zeigt so ein bisschen die Dimension, es gibt mehr Aktien als Umsatz. Und hier hat ein Analyst, der ein durchschnittliches Kursziel hat, sogar höher als durchschnittlich, hier von über 6 Dollar, hat hier mal die Probleme und die Chancen aufgelistet. AmC ist eigentlich, wenn es 6 Dollar kosten würde, weniger oder wenn das Kursziel 6 Dollar ist, weniger wert als eine Kinokarte, wie hier süffisant geschrieben wird. Die Aktie ist ja viele tausend Prozent gestiegen. Aber man hat eben eine richtig dicke Stange Schulden, nämlich 5,5 Milliarden Dollar. Das ist natürlich etwas, was richtig heftig ist. Man hat eben die Zinszahlungen auf diese ganze Geschichte. Man hat hohe Fixkosten, 450 Millionen Dollar etc. Also das ist sozusagen das Problem, dass die Box-Office-Zahlen zurückgehen derzeit, also dass die Kinobesuche zurückgehen und die Aktie sozusagen sich völlig losgelöst von allen Parametern orientiert. Als Short-Squeeze, okay, verstehe ich alles, ist vielleicht mehr, aber doch ein Gamma-Squeeze, also dass die Broker da mitgehen müssen, indem sie die Aktie physisch kaufen, um sich abzusichern. Wolfgang Müller hat diesen Artikel geschrieben, AMC GameStop, Kleinanleger spielen mit dem Feuer und er zeigt einmal die Dimensionen, worum geht es da eigentlich. Wie ist das einzuschätzen übergeordnet? Spielt das eine wie große Rolle? Ich werde diesen Artikel unter das Video, meine Damen und Herren, verlinken. Würde mich freuen, wenn Sie da mal reinschauen, denn das bringt es wirklich auf den Punkt, der heute die Arbeitsmarkten im Fokus, 1430 bei Finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren. Das wird der Hingucker. Gucken wir mal, wie Bitcoin sich entwickelt, wie die Tesla-Aktie sich entwickelt, wie AMC sich entwickelt. All das heute bei Finanzmarktwelt.de. Jetzt erstmal diesen Artikel lesen. Ich sage Servus und Ciao.